Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubaner und wir öffnen ein weiteres legendäres Trollschatz-Lama mit der Hoffnung auf welchen netten Inhalt. Es gibt diese Lamas, wie ihr ja alle wisst, gegen Schneeflocken-Tickets und zwar tausend, die man auf diverse Weisen bekommen kann. Unter anderem durchöffnen von anderen Lamas, beziehungsweise natürlich auch durch einfaches Spielen. Also das ist ja das Verrückte, einfach durch Spielen. Und ihr habt die Chance, viele, viele Dinge zu bekommen, wie zum Beispiel hydraulische Waffen oder legendäre Verteidiger oder legendäre Stummgewehre. Ja, so einfach kann es gehen. Auch hydraulische Sachen können hier jetzt rauskommen. Das hat sich ja verändert. Wenn ihr vor ein paar Tagen das Video gesehen habt, wisst ihr Bescheid. Ansonsten schaut euch dieses Video unbedingt an, denn da hat sich was getan. Das Video ist Sammlung nach Patch 7.0.0. Nur mal so zur Info für euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao! 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 Vielen Dank.